hallo und herzlich willkommen zurück zu town of salem mit krean hallo mit dacomo und blank wolf ich sterbe erste nacht ich wahrscheinlich in der zweiten medium confirmed transporter hype also ich bin ja random town ich würde fast sagen wir brechen die episode ab ich habe schon wieder keinen bock mehr als transporter ist alles was ich höre ich glaube kaum welche kennen metanite und was ist das denn der erste lieber action putscher was ist das denn für ein typ sagen wir da metapenis metaspider sache keiner kennt metanite ich denke mal du bist ein metanite wenn du das kennst nope ich bin nicht metanite aber ich kenne es der ist auch ein periodik der smashbrother weißt du natürlich mal gucken wie kreans intro hier aussieht voll kacke würde ich sagen ich habe es nicht gemacht es wurde gemacht ich habe nichts zu tun ich finde das so super voll episch das ist geil oh mein gott ich wurde transportet ich bin unschuldig moment ich lebe noch geil denn da passiert das ist nicht schön ist doch kacke jetzt bin ich alleine geil irgendjemand wollte mich töten hast du eine der drei mafias oder was ja ja der eine hat gelieft naja ist jetzt zu metanite ist böse metapenis war auch böse ja aber metapenis wurde vom sk getötet und der metapenis hat aufgeschrieben wen er eskortet hat woher oh wir haben zwei sks oh scheiße oh nein metanite ist auch schon down oder der metanite oder night nee metanite und der jailer ist auch down aber wir wissen wer es ist es ist metanite und metanite ja gut zumindest wenn man dem hier vertrauen kann so much meta du hörst doch gleich mit abbrechen in neu starten es wird eine schnelle runde wir spielen ja danach noch eine ja würde ich auch sagen ja es ist weil ich denke mal das wird hier schnell zu ende sein und da ist der liewelle der war konzert so krieren deine intros geil ich finde auch ich weiß es noch nicht du wirst es nie erfahren nee ich lats gerade runter elegale downloads kann ich ja nicht über den browser machen sonst sieht man das hier in der ausgabe ich glaube ich füge einfach statt kriere 05 dabei kate an und wir machen es einfach ab morgen dann sagen wir ok dann hau ich noch ganz schnell da was raus einfach nur es gibt ein neues intro so ein infovideo hey ich habe neues intro hier oh kirby sind sie etwa kirby nettes intro da macht jemand viel mit blender ich habe es auch mal versucht ich habe sie erzählt ja blender macht aber keinen spaß meine versuche mit blender ein springender ball es hat nicht funktioniert und wenn du danach einfach auf youtube verschiedene filme siehst die einfach perfekten blender gemacht sind das ist so krass du siehst du willst so ein springenden ball machen was macht er springt hoch verschwindet kommt aus dem boden wieder total so blöd oh confirmed ist schwierig mein freund confirmed nicht wirklich ja beide gleichzeitig kann ja nicht umbringen wird er jetzt einfach so ja wen weh richtig meta night oder wat ja sau schnell bist du bist zu langsam krieren ja ich spiele gar nicht mit ich bin ja quasi tot okay wow wir hatten zwei cônsorts fleißig mitbekommen mhm now wat's you it sucks ändeacat eri ja gut dann soll er lieben k smiling ich lief echte deutsch должна echteater sein Ja, könnte dich doch echt Chester sein, ich hab Angst Ich will jetzt saa Und der 네 ist CA and anyw Ich will doch nicht, zaaack Wieso, der Andy kann ja auch Neutral Killing sein Kann alles sein Oh, da ist ja noch Neutral Killing, nevermind Du, sogar wär als wenn ich Chester wär Ja, das wär lustig Ah, im J-Kons, äh, Üffel Wohlbock werden? Nee, eigentlich nicht Da fällt mir übrigens ein grade, ähm, in wie vor allem Nijek zum SK wird Was? Äh, in wie vor Nijek wird zum SK Äh, ja, könnte passieren Das ist sehr wahrscheinlich sogar Kann ich mir recht gut vorstellen Würde ich auch machen Nein, nicht erst Beide sind auf Meta Knight gegangen, der Taylor und der Äh, nein, beide auf verschiedene, einer auf Meta Knight, der andere auf Meta Knight Es gibt kein Meta Knight Es gibt keinen, das hab ich nämlich auch erst gedacht Es gibt nur den Knight Oh Das heißt, der hat den SK gekillt und nicht den Consort Weil eigentlich dürfte der nicht beide killen, oder? Oder? Äh, doch Eigentlich schon Ich weiß es nicht Das ist aber echt krass Das haben wir letztens auch Da sind beide Escorts auf dieselbe Person gegangen Auf dich damals, Jakor, oder? Kann sein War das nicht beim Stream, oder so? Wer war das? Nein, das war's voller halt Oh, ich bin tot Oh, ich bin tot Auch Wehrwolf Ich wurde transportiert Ach, du warst Kirby Ja, ich bin Kirby Hi Kirby Das war aber klar Du hast dich verraten Ich hab jemanden umgebracht, der mich besucht hat Aber ich hab mich besucht hat Ich hab noch was Schönes in meine Dings geschrieben, ne? Was denn? Jakor stinkt etwa? Äh, das auch Sehr schön Oh Guter Junge, du wärst schnell Kenny hat einen schlechten Hintern, hä? Da ist kein Kenny Ah Und bei Veteran Ist er jetzt ein Mafia tot? Ja Die ganze Mafia Yay Bam Ja Bleibt nur noch SK und Wer... ne, es bleibt nur noch Werwolf Ja Sauber Kirby down Ich wusste, ich hätte mich doch mit Sack of Balls tauschen sollen Oh, Major Ja Okay Ja, dann hängt man jetzt ganz schnell an den Werwolf, dann kann man eine neue Runde machen Genau Oh Gott, SK Welch überraschend Was wusstest du? Ich wusste, dass der Amnesiac zu SK wird Ach nö Hab ich doch gesagt Karin So, Bearwolf and SK Ja aber soviel zu deinem Statement, ne? Es gibt nur einen SK ja ja merck ist skl er ist skl was zur hölle ist skl ist das nicht mehr das ist eine deutsche lotterie das früge skl show sagt mir nichts ich habe noch nie viel fern geschaut du brauchst ja auch nie geguckt haben sogar früher johann exekutioner okay let's dinge ich glaube er ist das name merce könnte und ein desto begann Na ja, ob wir noch irgendjemanden beschützt, ist ne andere Frage. Und dann protecting Suckballs after this. Nope, sieht schlecht aus. Einer hat Innocent gewählt? Ja. Weg? You're all just cherry of my taco. Hm. Also, ich hab in meinen Tacos halt Marmelade drin gehabt. Ja, irgendwie bin ich auch irritiert. Warum? Also, ich glaub, der wär nicht so gut. Ich weiß nicht, was da Jelly zu suchen hat. Ich wäre als Amnesiac niemals Serienkiller geworden. Warum? Weil... Town Raid nur noch Werwolf übrig ist. Hm. Ich hab mal als Invest in Amnesiac angeschrieben. Du solltest dich für ne gute Rolle entscheiden. Ich weiß, dass du Amnesiac bist. Das ist böse, dass wenn's zwei gibt. Das ist ein Ossi. Ja. Und das Beste war dann, er hat sich halt für gar nichts entschieden und war aber bis zum Ende am Leben. Da standen dann drei Towns gegen mich. Das war, äh, drei Mafias gegen mich. Das war dann blöd. Tja. Der war schuld. Ja. Oh, da raged er rum. Der Mark with a taco. Warum? Selbst dran schuld. Ja, aber er ist halt leicht am Ragen. Rage. 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 Also, Chaco und Alex leben noch. Nein. Ich bin tot. Stimmt. Ich lebe noch. Ich bin Metaspider. Ciao. Er ist mit mir zusammengestorben, weil er mich um ihn transportieren musste. Oh, er lebt dann auch. Wer warst du nochmal? Ich? Ach du genau, er warst Kirby. Das war Kirby. Stimmt. Und ich sag ja, es lebt, es lebt nur noch der Werwolf. Hm, das könnte ja fast schon irgendwie Sack of Bowls oder Marek sein. Korrekt. Mark, May, Bee, Meyer, or Godfarber. So ist er Marek. Er sagt immer Medium. I am Medium. Kann sein, glaube ich aber nicht. Ja, scheiß drauf. Killed Zack, Medium braucht kein Mensch. Ja, ich würd auch sagen, als Marek will. Aber es gibt sowieso keinen Mafia mehr. Ja gut, das wissen die ja nicht. I don't like Medium. Da will er wahrscheinlich sein Ding kriegen, ja. Ja. Und Marek war mehr. Ja, aber hätten sie auch drauf kommen können. Es gab schon so lange keinen Mafia-King. Ja, das heißt ja nix. Das sind ja alle Beschwörer. Jo, äh, frage es mal mehr noch einer, oder? Was sagt denn die Zeit? Elf Minuten. Ja, dann lass noch weiter dranhängen. Ja. Ich werd ja neuer Cutten, ich lass nicht durchlaufen. Ich lass durchlaufen, das geht ja schnell genug. Dieses dauernde Palaber, das nervt die ganzen Leute nur. Warum kann er denn nicht Medium sein? Da kann er Medium sein, der ist Random Town. Und Annie? Ne, die ganzen Random Towns sind klar. Mit Invest bei Veteran und, äh, Meyer. Ja. Ja, wenn es denn so stimmt. Damit ist die Annie nämlich auch vergeben. Mit dem Ding, weil sie 4.000 sind. Ja, das schon. Aber Bay könnte ja genauso lügen. Ja. Dann wär aber echt krass. Wenn der jetzt jetzt Werbe auf das Ganze rausgefunden hat, wer was ist. Ja. Das wär gut. Das könnt ihr nur mit Cheating rausregen, sonst kriegt das nicht hin. Gut geraten. Ist ja richtig gut geraten. Warum Good Job Mare? Der Mare hat doch nix gemacht, außer jetzt am Ende revealed. So. Also ich mach hier gleich nen Cut und dann geht's gleich weiter. Ja. Bis gleich Kriens Zuschauerchen. Jupp. Leckt mich. Äh, ich meine bis gleich. So, wir kommen zurück. Ich bin ein Bad Guy. Irgendwie doof. Ich hab vergessen wieder los zu twirken. Deswegen sind wir ein bisschen später dran, aber alles läuft hier. Ihr seht. Zur Not könnt ihr immer bei der Bar Kate vorbeischauen. Wir haben lückenlos aufgenommen. Ne, könnt ihr nicht. Könnt ihr nicht. Braucht ihr nicht. Was? Beste YouTube-Channel ever. Völlig. Auf jeden Fall, äh, es klappt eine schöne Seite. Bitte, die habt ihr ja gar nicht gesehen. Die Planete krieren aber jetzt für euch einen. Könnt ihr sogar machen. Glaub ich. Keine Ahnung. Ja, ich auch. Wenn ich's irgendwie gemerkt hätte. Hey. Alex, was bist du denn? Ich bin Witch. Uh. Böse. Bin mit mir. Ich bin auch ne böses Kind. Das heißt, ich bin der einzige Townie hier. Ja, ich bin auch ein Townie. Bist du ja sicher. Oh, Amatrist-Clown. Ja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Ich mein, wir leben ja alle hier in dieser Stadt, ja? Oh. Wenn wir von der philosophischen Seite das Ganze betrachten. Oha. Da hau der aber was raus. Hehehehe. Don't worry, I always... Oh, Medium. The Curse. Keine Überraschung. Nee, alles normal. Alles normal, alles gut. Haben wir sonst keine tötende Rolle? Keine Gefahr. Und wir könnten einen Care-Werwolf haben. Direkt der Erste, because it's real. Hatte ich bei mir auch geschrieben. Slime is survivor. Hm, bisschen schleimig das Ganze. Someone darfst. Hm. Ich nicht. Lustig wär's, wenn wir mal zwei Exos hätten. Mhm, ja. Wieso? Wir hatten einmal in dem Spiel, glaub ich, vier Exos. Und drei davon hatten dasselbe Target. Das war dann echt extrem einfach. So, Agent Apollo spricht mit Mars. Wahrscheinlich planen sie, wann er ankommen soll oder so. Okay. Frost Sachs hat keine Lust mehr. Irgendwie hassen sie dich, Alex. Das erinnert mich ein bisschen immer wieder an die Simpsons. Wo es darum geht, ob... Die Bart, die. Richtig, die. Das ist Deutsch. Oh, die Deutschen hat auch noch nie was Böses getan. Das ist einfach so lustig, ey. Ja, das ist halt aus der Episode, das Zitat. Die haben ja nie was Böses getan. Ich wollt's nur nochmal für die Zuschauer anmerken. Ich als bekennender Simpsons-Fan. Komm. Ich als bekennender ist mir egal. Komm. Ich als bekennender ist mir egal. Ne, er war doch Tauni. Ne, er war doch Witch. Ach so. Stimmt. Wie ist die Oof-Puzzle-Jungle? Du warst der Tauni, ne? Ich bin Tauni. Ich bin sowas von Tauni. Was ist los? TwistedClown hat gerade geschrieben Endhost totally did suck. Meine Antwort, I am the host. Das ist ich ge... Jetzt interessiert mich aber auch die Reaktion von ihm. Seine Antwort, Null. Oh, Anna Jupiter, I don't see a player called 15. What the fuck? Es muss doch Jester sein, oder? Ja, das denk ich mir auch. Echse ist halt möglich. War relativ unwahrscheinlich, wenn wir eine Witch und... Sein Platz ist für ein Echse noch offen, halt. Wenn wir Witch und Survivor haben. Was will denn? Das ist auch möglich. Man weiß es halt nicht. Ist immer schwierig. Da war es es nicht, man mungelt es nur. Richtig. So sieht es aus. Now I'm exposed. Da bist du wohl Goat. Pretty much. Ich erschieße jetzt Kate. Ich mache Spaß an der Freude. Das holen wir in dem Killer. Nächste tolle Weise. Wer ich sagt, er ist Sheriff. Ich glaube ihm hundertprozentig. Ich glaube wir haben mit denen sogar schon letzte Runde gespielt, oder? Kann sein. Oder hieß er der Ray? Ich glaube, der ist der Ray. Ich habe immer sofort an Rangit gedacht. Ich habe immer sofort an Rangit gedacht. Ich habe immer sofort an Rangit gedacht. Hm. Ich will nicht schießen. Sei froh, falls es nicht Dings ist. Ah ne. Disguiser. Good job, man. Good job. Das wäre es nämlich als älter Maß. Es ist halt echt immer gut, was ich immer machen muss, wenn ich mal Mafia bin. Oh. Wie heißt, wenn ich mal Mafia bin, einfach einen Mafiosi verraten und dann halt selbst claimen, dass ich Sheriff bin. So einen hatten wir doch schon mal. Weil der Godfather nicht gekillt ist. Oh, mehr. Weil der Godfather nicht gekillt hat, hast du den verraten und dann haben alle ihr geglaubt, dass es Invis ist. Und selbst ich wurde dann gelünscht, obwohl ich der eigentlich Invis war. Ja. Ja. Ist jetzt so krass. Das ist ein ganz guter Move. Das ist wie bei TTT seinen eigenen Traitor-Kollegen umzuschießen. Wobei das halt noch mehr Schaben bringt, weil du verlierst der Karma, wie blöd. Richtig voll in Punkte, wie blöd. Okay, Bey, I trust you. Jetzt spricht Saturn zurück. Ansonsten passiert nicht viel in dieser Taune. Nee, das ist eine sehr ruhige Taune, ja. Sheriff macht seine Art weiter. Ist hier nicht nur den ganzen Halbstarken, ja. Ich drücke als nächstes übrigens Jupiter. Auf Jupiter. Noch viel, viel weiter. Hier im Deadshot schreibt der gerade Twisty the Clown, I guess all the planets are an alliance now. Naja, Apollo spricht mit Saturn, Saturn spricht mit Mars. Apollo ist ja kein, kein Planet. Doch, Ansichtssache. Wenn man will, ist alles ein Planet. Selbst Pluto. Nein, nicht mehr. Wenn man will, schon. Ich seh das wie mit der Rechtschreibung. Ich bin vor der Reform geboren, also gilt für mich auch noch die alte Rechtschreibung. Ja, außerdem ist das Problem, dass der Merksatz nicht mehr funktioniert. Weißt du, Pluto ist ja nur kein Planet mehr, weil er zu klein ist. Alex sieht den Pickel zwischen seinen Beinen aber auch als Penis an. Daher... Naja, da hat deine Ex-Freundin aber noch nicht was anderes gesagt. Meine Ex-Freundin, das ist, äh, acht Jahre her und die wohnt in Berlin. Mist, du warst in Berlin letztens. Ja. Nee. War das grad Nacht 4? Kann das sein? Glaub schon, ja. Unter Umständen? Ich guck mal, im Chat. Zu spät, hab's ja geguckt. Ja, es war Nacht 4. Argon ist tot. Rose killed by Mafiosi. Rose Healer ist tot. Soll ich dir noch was sagen, was hart ist? Der Tisch vor dir? Um auf das Thema zurückzukommen. Der Tisch vor dir? Der auch. Der Tisch vor dir? Ah, okay. A is God. Ja. I wanted to make a chemistry pun, but all the good ones are gone. So, A is Godfather. Das ist möglich, damit haben wir aber hier auch schon mal rausgefunden wer... ...Luca ist. Wer lebt denn von euch eigentlich noch? Ich lebe noch. Ich? Ja, du. Ich war böse. Ach, du warst Kate. Also, ich bin böse. Ah, okay. Ich aus einem kommt. Irgendwie ins Kirchen. Ja, das Ding ist wahrscheinlich einfach Echse gewesen. Der Squad ist einfach Tauni. Und der Sheriff sagt nicht, nee, ich war gar nicht bei denen. Hm. Ja, sehr wahrscheinlich ist der Sheriff einfach Echse gewesen. Ich weiß nicht, ob das sagt. Oh. Schon zu viele Bösewichte, oder was? Äh, zwei Mafia? Eines... Nee, SK gibt's nicht, oder? Doch, SK. Nee. Ähm... Nee, ich glaub nicht. Ein Random Neutral ist noch drin, außer mir. Und Annie, keine Ahnung, könnte Mafia sein. Wer war das eigentlich, der Survivor geclamed hat? Ähm... Slime. Slime, glaub ich. Hm. Ich hab eigentlich schon zu Hause in der Vergangenheit zu werden. Ich habe mich schon jeden Moment. Ich habe die 세� philosophical mit mir gemacht. Ich habe Angst. Schoße. Es war. Ich habe Angst. Langweilig. Möp. Was stirbst du auch so früh? Was kann ich denn dafür? Alles. Ist dein Schuld. Hättest du die Mafia kontrolliert, hätten sie dich nicht umgebracht. Hätte ich mich einfach mal nicht Horst Sucks genannt, ne? Ja. Ah, ich hab sogar noch was zu tränken. Wooo. Gab's eigentlich noch ne andere tötende Rolle? Nee, bis jetzt nicht, glaub ich. Ja, mach ja. Eins auf. Mein schon. Und halt, Random Neutrals scheinen halt alle nicht töten zu sein. Außer der Base hat jetzt echt X, das wär zu gut. I. Squat klaimt hier, dass er, äh, Blackmailed wird. Wo hat er das denn geklemmt? Indem er halt, äh, vote, 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 vote und so. Achso, ja. Jetzt gleich kommt, I am Blackmailed, freund. What? So close. So close. Ähm, ja nicht wirklich. Nee, irgendwie nicht Relativ wenig Er was framed Ist klar Die werden halt alle immer geframed Er muss jetzt ganz einfach nochmal verprüft werden Ja Wahrscheinlich hat er das nicht framed, das ist jetzt sehr klein Ja Mit die Anni Was halt sehr interessant ist Aufgrund der Informationen Wenn es wirklich einen Survivor Und einen Amnesia gibt Musst du ja quasi Die Endyrolle sein Hey, wir haben wieder mal so ein Kommentar Der Hammer, geiles Video, freu mich schon auf mehr von dir Bekommst ein Abo und ein Like Vielleicht bekomme ich auch ein Abo zurück, musst du aber nicht Vielleicht haben wir schon wieder so ein Huso Ja Mal angucken, welchen mir trotzdem schaden kann das ja nicht Aber bitte nicht über unseren Account Nö, keine Angst Dafür ist mein YouTube Smurf da Oh Oh Oh, du warst eine Sushi-Girl Ich hab mal Lust auf wieder Sushi Wie euch auch Oh, Bodyguard So Nichts los in der Town In der Town Ja, wir wissen jetzt, wer gerodet werden muss Was soll ich der Gottfaser-Playing? Ich hab ja noch Du lebst noch Nicht mehr Namen Ja, das ist hier True Story Ja, aber er kann halt wirklich geframed worden sein Oder transportiert worden sein Das ist ja zu schwierig Deswegen muss man ein bisschen aufpassen Ich würde bei dem Typ sowieso aufpassen Bei Beige Weil da der dauernd überall Vs reinhaut V ist so der Standard Push-to-Talk-Key Stimmt Hier, Jaco Check mal den Teamspeak-Chat Ja, hab ich schon Ich will nur grad gucken, was für ein Tag das ist Das ist, äh Bei uns zumindest In irgendwelchen Ferien noch Mit drin Ja, ich hab da auf jeden Fall keine Ferien Das weiß ich Es ist ein Sonntag Dann wäre das Theoretisch möglich Hat allerdings überlegt Samstags schon Ja, dann wäre das halt möglich Weil dann würde ich Recht über das Wochenende Mal vorbeischneiden Okay, Gott, wie ist früher da Warum schreibt Mars Jetzt zu Slime Warum nicht Ich bin tot Gigi Oh, ich hab wieder ein Deja Vu Oder warst du letztens auch schon Am Mars Oh Hast du jetzt echt die anderen verraten? Wer weiß Wer weiß Also wenn du es echt gemacht hast Kriegst du dann hatten wie vor Weiß ich Oh, jetzt ist ein A Drecksack Jetzt ist er ein Drecksack Der Dänke Ich mach das oft und gerne Andere Muff Also andere Menschen reinzuschreiben Die nicht meinem Ja, das Ding ist halt Es ist noch nicht zu Ende Richtig Also das kann halt sehr gut sein Also im vierten gibt es 100 Pro noch Das ist halt der Annie wahrscheinlich mal wieder Also außer da ist halt ne dritte Neutral Role Die halt doch Killing ist Und bis zum Ende gewartet hat Also wer immer Mafia ist Wäre jetzt blöd Wenn er jetzt Kate töten würde Nee, Agent Apollo Ach, nicht Kate Oder Traum Das ist Ja, dann wäre er wirklich blöd gewesen Ja, wir haben dann So geil wenn Wenn Bay jetzt einfach der letzte Mafiose ist Ja, das wäre echt krass gewesen Also einfach alle Opfern Knaller Das wäre halt richtig krass gewesen Oh, ne M Uuuuuh Jetzt hast du halt Pech Deine Framer Klappt nicht Ach Bay, ist das doch klar Das ist Tau Nosses Wurde da schon als Äh Amnesiac In den letzten Ding Von Jinger Heimgeschnitten Nur noch Chaco legt, ja? Ja, ich lebe noch Ja, ich lebe noch Och, Blank Jetzt liegst du aber ganz schön In deinem Gadget Ich habe Slime niemals geframed Als irgendwas Nein, aber du hast in Tau Nosses geframed Ja Ja Und du hast geschrieben I don't frame anyone Außer Tau Nosses Ja Und Saturn No, it's Tau Nosses Nein, warum wollten sie denn jetzt Ino My fucking touchpad just stopped working How do I fix this? Das wäre so gut wenn jetzt am Ende echt Bader als Mafiosi wäre So göttlich Ja, du hast es auch vorher schon geschrieben Was? Wie wo? Anna Jupiter Was? Du, I fix this Ge- Ha! Nur bei G-Botet Sits Sets Chester Und kill- Gild- Äh, Bay I regret nothing I regret nothing Jetzt bist du wahrscheinlich einfach SK Und hast einfach niemanden getötet Ich bin random neutral Ja, kann ja mal SK sein Richtig Kann SK sein Echt? Ich hab's versucht Kein SK-Kill Aber ich hätte euch auch nicht geholfen Als Survivor halt ich mich nämlich meistens raus aus allem Ja Gut, Alex, du darfst Alles klar Dann würde ich sagen Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen Ich hoffe, ihr hattet Spaß Und vor allen Dingen hoffe ich, wir sehen uns nächstes Mal wieder In diesem Sinne Wie immer von der Barcade Und Crean Und Giacomo Und Blankwolf Und Crean und Giacomo Und Blankwolf Und mir Bye Leute Bye Bye